Hallo euch meine Damen und Herren. Die guten Nachrichten brechen nicht ab. Die Volvos hauen immer mehr Updates raus, die Skinpreise steigen langsam wieder an, also zumindest manche. Und der Prime-Status kann nicht mehr einfach an einen anderen Account geschenkt werden. Und was das Geiles bedeutet, sage ich euch jetzt. Diesen Prime-Status konnte man einfach wie vieles andere auch verschenken. Das heißt, man konnte einem zweiten Account von sich selbst den Status schenken, um nicht auf dem Account Geld einzahlen zu müssen. An sich ist für den normalen User diese Änderung nicht sonderlich schlimm, denn jetzt geht man halt auf den anderen Account, lädt dort Geld rein und kauft sich den Status dann direkt. So, wenn das so einfach ist, könnte man sich jetzt ja fragen, warum wurde das dann überhaupt geändert? Weil man da mit Smurfern, Cheatern und Case-Farmern ordentlich in die Eier tritt. Ihr habt doch sicherlich auch immer wieder von Cheatern gehört, die gesagt haben, ja, aber die Accounts kosten ja nur ganz wenig Geld oder es ist bla bla bla. Diese 14,99 müsste man nicht grundsätzlich ausgeben, ich kaufe mir da und dort einen für drei Euro oder was. Und das hat oder hatte einige Gründe, weswegen es so günstig war, aber jetzt nicht mehr so günstig ist. Und früher, lang, lang ist es her, konnte man sich den Prime-Status einfach erspielen, vielleicht wissen das noch ein paar, wobei es ist, glaube ich, erst vier, fünf Jahre her, dass man das noch konnte. Also für mich, alten Bock, ist es nicht lange her, aber wer halt mit Counter-Strike erst jetzt anfängt, für den ist es halt, na gut, auch nicht lange her, wenn man schon älter ist. Für junge Menschen ist es, klingt es halt lang. Natürlich war dieses Erspielen Gift, denn so konnte sich wirklich jeder ab dem Punkt, als CS kostenlos wurde, einen Account erstellen und Prime einfach erspielen. Das ist natürlich sehr schlecht, denn so konnten Cheetah, Smurfer und Case Farmer halt sich einfach Prime kostenlos holen. Als dieses Feature, das erspielens rausgenommen wurde, dachte man sich bereits, so auf 14,99 kostet Counter-Strike jetzt nun mal, so mehr oder weniger. Danach schreien ja auch viele, dass Counter-Strike endlich wieder was kosten soll. In Theorie kostet es ja was, beziehungsweise kostet der richtige Spielmodus 14,99. Ich dachte übrigens bis vor kurzem noch, dass man ohne Prime nur Deathmatch oder so spielen kann. Ich habe nicht gewusst, dass Competitive und auch Wingman einfach spielbar sind für jeden Affen. What? Das würde ich sowas von rausnehmen. Das ist übrigens mein dritt Account, den ich damals auch für das Cheetah-Experiment benutzt habe. Hier liegen die ganzen oder einen Großteil der Skins drauf, die ihr mir schickt für die Giveaways auf Twitch. Und ja, um das noch als kleine Sidenote zu bringen. Wenn du in Premiere spielst, spielst du immerhin, ich weiß, es ist die winzigste, die allerkleinste Form von Schutz. Aber du spielst immerhin gegen Leute, die sich Prime gekauft haben oder es sich irgendwie erschniedelt haben. Aber dazu kommen wir jetzt wieder. Cheetah, Smurfer und Botaffen haben sich zum Beispiel Prime einfach in anderen Bereichen der Welt gekauft, um Geld zu sparen. Case Farmer zum Beispiel erstellen sich einen Account und kaufen sich einmalig für 15 Dollar, ich sage jetzt nicht immer 14,99, für 15 Dollar oder weniger Prime. Und lassen sich dann eben Stück für Stück diese Cases droppen. Die droppen übrigens auch nur, wenn du Prime hast. Und wenn sich dann genug Cases angesammelt haben, verkaufen sie die und kaufen dann mit diesem Gewinn Prime für ihren nächsten Account, den sie auch wiederum einreihen in ihre Case Farm-Geschichte. Und so bezahlen sich die Accounts von alleine durchs Case Farm. Und das geht jetzt nicht mehr. Cheater, Smurfer konnten das natürlich genauso machen. Man spielt auf seinem Main-Smurf-Account ein paar Wochen, hat dann irgendwann genug Drops, verkauft die und kann dann einfach Prime an den nächsten Smurf oder bei Cheetern an den nächsten Cheat-Account abgeben. So sind diese ganzen Affen also einfach um diese 15 Euro drum herum gekommen. Jetzt geht das nicht mehr so einfach. Natürlich könnte man jetzt sagen, ich trade einfach für 15 Dollar Sachen rüber auf den Account, auf dem ich Prime kaufen möchte, verkauf die und kauf dann Prime. Das geht aber nicht so einfach, denn wenn du dir einfach einen kostenlosen Steam-Account erstellst und kostenlos CS2 dort installierst und du irgendwas verkaufen möchtest, das du getradet bekommen hast, dann steht hier folgendes. Du musst in den letzten 7 Tagen oder bis hin zu einem Jahr irgendeinen Kauf auf Steam selbst getätigt haben, zum Beispiel Prime, damit du überhaupt was verkaufen kannst. Natürlich kann man da jetzt reingehen und sich irgendwas Kleineres kaufen auf Steam für weniger Geld und kann dann verkaufen. Aber alleine das kostet den Leuten Geld und ist eben ein Umweg. Vor allem bei Farmen, die das betrieben haben, kann man davon ausgehen, dass sie natürlich auf die alte Art und Weise gestreamlined waren, also perfekt ausgerichtet waren, ihr gesamter Prozess gut lief und das ist jetzt alles aufgebrochen, das geht nicht mehr. Die Folge dessen ist natürlich, dass die Steam-Accounts mit Prime jetzt deutlich teurer werden. Die ganzen Keks müssen also mehr Geld ausgeben, um sich einen neuen Account für ihre zum Beispiel Case-Farming-Sache einzukaufen. Und ich weiß nicht, ob da auch noch ein Zwischenschritt dabei ist, wie das Geld auf deinen Steam-Account gekommen sein muss. Denn in der CS2-News-Community spricht man tatsächlich davon, dass diese 14,99 Dollar ab jetzt grundsätzlich gezahlt werden müssen. Es kann also sein, dass da noch ein Zwischenschritt, von dem ich nichts weiß, drin ist. Dass wenn du selbst hunderte von Euro durchverkaufte Skins auf deinem Steam-Account hast, dass Steam dir dann sowas sagt wie, du musst das Geld explizit eingezahlt haben und nicht durch deinen Account erwirtschaftet haben. Das ist für Steam sicherlich überhaupt kein Problem, sowas einzubauen. Aber diesen Test habe ich selbst dazu jetzt noch nicht gemacht und ich habe auch nichts dazu finden können. Es ist also an der Stelle von mir auf jeden Fall spekuliert, aber da dieser Schritt jetzt auch schon gemacht wurde mit nicht mehr verschenken können und so weiter und so fort, andere Dinge kann man aber nach wie vor natürlich verschenken, ja, gehe ich mal davon aus, dass das kein so extrem weiter Gedankenschritt ist oder nichts, was so weit gedacht ist. Dieses Grundthema ist übrigens aufgekommen, weil in den Steam-Diskussionen manch einer bereits Beschwerde eingereicht hat, dass er eben Prime nicht mehr verschenken kann. Der Prime-Status kann seit April 2024 nicht mehr verschenkt werden. Diese Entscheidung wurde von den CS-Leuten getroffen und kann nicht entfernt werden. Bedenkt dabei, dass die Volvos Counter-Strike und Steam besitzen. Also Steam im Gesamten ist ja von Valve. Wie gesagt, man kann als normaler Mensch, wenn man einen zweiten Account möchte mit Prime, ganz einfach den anderen Account mit Geld befüllen und sich Prime kaufen. Fertig ist der Lack. Es gibt also auch keinen Grund, Prime zu verschenken. Wenn ich es meiner, was weiß ich, Frau oder so kaufen möchte, dann logge ich mich entweder in ihren Steam-Account ein und mache das oder ich schicke ihr das Geld. Es gibt also keinen legitimen Grund, Prime zu verschenken, weil du ja so oder so das Geld einfach jemandem verschenken, also schicken kannst. Ein Punkt, den ich noch gar nicht genannt habe, ist natürlich auch, dass von gestohlenen Steam-Accounts, also Leute, die gehackt wurden und so weiter, kein Prime mehr verschenkt werden kann. Wenn sich irgendeinen Cheater oder sonst wer einen Account geklaut hat, dann konnte man ja mit dem Geld, das auf dem Account noch lag, einfach auch Prime kaufen für andere Accounts zum Beispiel. Das ist alles nicht mehr möglich. Somit steigt natürlich der Wert von Prime immer weiter an, also nicht an sich, es wird nicht immer teurer, aber Accounts, die man sich online einfach kauft mit Prime, sollten jetzt mit der Zeit immer teurer werden, weil man es eben nicht mehr so einfach oder vielmehr kostenlos erspielen kann. Man muss es jetzt kaufen und das ist natürlich ein Riesenschritt wieder in die richtige Richtung. Achso, und was ich am Anfang noch gesagt hatte mit den Skin-Preisen, da gab es noch einen weiteren Punkt und zwar sind in China jetzt ja scheinbar Cases komplett verboten oder werden gerade komplett verboten. Der Marktbuff zum Beispiel hat da bereits darauf reagiert und die Cases bei sich komplett aus dem Sortiment rausgenommen. Interessant ist jetzt auch, wie sich die Preise diesbezüglich verändern werden, wenn dann in China die Sache komplett off geht. Was daran natürlich ein bisschen ironisch oder wohl nicht ironisch, aber witzig eigentlich schon ist, ist, dass die meisten Case-Farming-Lobbys oder vielmehr Bots dort waren in China. Man kann nur raten, wie es dann dort abläuft, wenn die Cases dann komplett down sind. Man kann sie nicht mehr handeln, man kann sie nicht mehr verkaufen, man kann sie nicht mehr öffnen. Ich nehme an, dass es dann noch zu Panikverkäufen kommen wird oder die bereits stattgefunden haben, denn die Info, dass es in China langsam eng wird mit der Geschichte, ist glaube ich auch schon ein halbes oder zumindest Vierteljahr alt. Also vielleicht ist es auch alles schon wieder über die Bühne gegangen. Aber ja, das war auch noch eine Sache, die ich jetzt schon seit ein paar Wochen auf dem Zettel stehen habe, aber noch kein Video gefunden habe, wo ich das ausspeichern kann. Tja, so Resümee-technisch gibt es Folgendes zu sagen. Es ist einfach nice, was für ein Riesenunterschied das ist von vor ein paar Wochen noch zu jetzt. Es ging von, die Wolvinis machen überhaupt nichts, zu, wow, es gibt Stellschrauben, an denen jetzt noch gedreht wird, von denen ich gar nicht wusste, beziehungsweise über die ich gar nicht nachgedacht habe. Also toi, 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 schön weiterballern und wir machen jetzt noch ein Giveaway, na klar. So, dann machen wir mal wieder eine Step-Track-Wumma. Heute gibt es für euch diese M4-1S Night Terror. Um hier mitzumachen, beantworte ich dir einfach folgende Frage und zwar, hast du bereits von unserem aktuellen Knife-Giveaway auf Twitch Wind bekommen? Dort gibt es aktuell einen Hans-Mann-Knife-Plus-Deal zu gewinnen. Natürlich möchte ich, dass das im besten Fall jeder von euch mitbekommt. Also, wusstet ihr das schon oder noch nicht? Haut es in die Kommentare, dann seid ihr automatisch bei diesem M4-Giveaway mit dabei. Dann sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, gleich im Stream. 18 Uhr geht es wieder weiter und heute werde ich auch ein bisschen länger machen und dann halt in meinen Geburtstag rein streamen. Mittwochs habe ich dann Gabbes und da holen wir uns natürlich noch ein bisschen Elo ab, dann ist klar. Ja, dann vielen lieben Dank fürs Zuschauen, für eure Kommentare. Absolut crank, wie viel ihr kommentiert. Ich lese vor allem auf dem Handy, lese ich immer wieder rein. Ich habe hier die YouTube-Studio-App und da gucke ich halt immer wieder, was ihr so schreibt. Hier schreibt zum Beispiel ganz aktuell der Cube HD 504. Ich habe noch nie einen Bann wegen Leuten in meiner Party bekommen. Da hatte ich gefragt, ob man halt sowas schon mal bekommen hat. Aber ich hatte auch noch nie einen richtig offensichtlichen Hacker, also ist das eh kein Thema. Noch 5K Elo halt. Okay, Carlgos schreibt noch keinen Bann bekommen. Kermi schreibt nein, noch nicht. Gerne Gutmann schreibt nein. Und so weiter und so fort. Also ich lese hier wirklich oft rein und beantworte manchmal noch. Also wenn ich halt dazu komme, gucke ich einfach in die aktuellen Dinge rein und schreibe eine Antwort drauf. Aber weil ihr so absolute Macher hinsichtlich der Kommentare seid, schaffe ich es nicht mehr, einfach alle zu kommentieren. Also es ist zum Glück zu viel. Also vielen, vielen Dank für die Kommentare, für die Likes, fürs Anschauen natürlich. Haut da rein und bis gleich im Stream. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh mit deiner dicken, fette Mutter auf die Instagram-Messe.